Herzlich Willkommen zum thematischen Screencast Valenz. Der Screencast bildet die Grundlage für das Seminar Synchrone Beschreibung der deutschen Sprache, ist also an Studierende im Bachelorstudium adressiert und genauer an Studierende, die an der CAU zu Kiel studieren. Möglicherweise erwartete man andere Inhalte zu diesem Thema, deshalb sei dezidiert darauf hingewiesen. Einleiten möchte ich den Cast mit einem Zitat von Hans-Jürgen Heringer, der 1994 im Aufsatz Neuss von der Verbalszene in einer Bühnenmetapher vom Verb sagt, ein Verb, das ist so, wie wenn man im dunklen Raum das Licht anknipst. Mit einem Schlag ist eine Szene da. Das Verb und die ihm zugewiesene Fähigkeit, andere Elemente zu binden und in Szene zu setzen, stehen heute im Vordergrund. Der Screencast ist wie folgt gegliedert. Zunächst möchte ich nach einer kurzen Einführung in die Prämissen der Valenz- und Dependenzgrammatik einige Beispiele diskutieren, kurz eine Kritik anschließen und auf die verwendete und weiterführende Literatur hinweisen. Abgeschlossen wird der Screencast durch den Hinweis auf eine Übungsaufgabe nebst Lösungsmöglichkeiten. Die betreffenden Positionen können Sie im Screencast direkt aufrufen. Eine Kapitelübersicht ist im Kommentarbereich zum Video verlinkt. Ausgangspunkt für den Screencast zur Valenz ist die Übertragung eines chemischen Beschreibungsmodells auf sprachliche Einheiten, wie im Beispiel ein zweiwertiges Sauerstoffatom bindet zwei einwertige Wasserstoffatome und bildet so unter bestimmten Bedingungen die Struktur eines Wassermoleküls. Lucien Tenier hat dieses Modell in seinen Grundzügen der strukturalen Syntax auf sprachliche Einheiten übertragen und das Verb in den Mittelpunkt seiner Überlegungen gestellt. Christa Dürscheid im Valenzkapitel ihre Einführung in die Syntax dazu So wie ein Atom andere Elemente an sich bindet, so bindet das Verb eine bestimmte Zahl von Aktanten an sich. Beide, das chemische wie das sprachliche Element, verfügen über eine bestimmte Wertigkeit, eine bestimmte Valenz. Das Besondere an den Einheiten ist, dass sie hinsichtlich ihrer Merkmale nicht mehr nur aus den Besonderheiten ihrer Einzelelemente herausbestimmt werden können. Deshalb wird in der Beschreibung des neu entstehenden Elements, dass, um die Ursprungsmetapher aufzurufen, dass weder Sauerstoff noch Wasserstoff ist, eine lineare und eine strukturale Ordnung unterschieden. In der linearen Ordnung sind unter anderem folgende Anordnungen der Elemente eines Beispielsatzes möglich. Sauerstoffatome binden in der Regel zwei Wasserstoffatome, in der Regel binden Sauerstoffatome zwei Wasserstoffatome, Sauerstoffatome binden zwei Wasserstoffatome in der Regel. Strukturell stellt sich aber die Ordnung der Elemente wie in diesem Stemmer dar. Tenier ging davon aus, dass die linearen Realisierungen aus der Struktur projiziert werden. Das Hauptaugenmerk richtet er demnach auf die Beschreibung der strukturalen Ordnung. Die Elemente des Satzes sind auf verschiedenen Ebenen hierarchisiert. Elemente höherer Ebene reagieren, äh, nicht reagieren, regieren Elemente niederer Ebene. Die Beziehungen zwischen diesen Elementen werden als konnexionsbezeichnet und in der strukturalen Ordnung durch Konnexionsstriche angezeigt. Die zentrale Position nimmt das Verb ein. Es ist Regens, das alle anderen Elemente leitet. Als Dependence werden die Elemente bezeichnet, die durch Regens geleitet oder regiert werden. Als Nexus wird die Gesamtheit aus dem Regens und seinen Dependenzien bei Tenier bezeichnet. Daraus leitet sich der Dependenzbegriff unmittelbar ab. Dependenz ist gegeben, wenn ein sprachliches Element syntaktisch abhängig von einem anderen Element ist. Das Verb ist dank seiner projektionistisch-konzeptualisierten Fähigkeit, Aktanten zu binden, dabei strukturbegründend. Das sich aus der Angabe der Dependenzbeziehungen ergebende Stemmer hier folgt bereits moderneren Ansätzen. Tenier hat zwar verbalen und substantivischen Nexus unterschieden. Bei Tenier konnten allerdings nur Verben, substantive, Adjektive und Adverbien eigene Nuklee, das sind Kerne, bilden, während hier im Stemmer auch der Artikel und Präpositionen wie in den Status eines Nukleus haben können. In der Angabe der Dependenz habe ich bereits auf die strukturbegründende Fähigkeit des Verbs verwiesen, Aktanten binden zu können. Das ist die Grundlage des Valenzbegriffs. In der Übersicht greifen wir dabei wieder auf das schon eingeführte Beispiel zurück. Das Verb binden hat die Fähigkeit, mehrere Aktanten zu regieren. Darauf hebt auch der Valenzbegriff ab. Der Begriff der Junktion und die Rolle des Junktivs, zwei Elemente zu einem Aktanten zu binden, seien hier der Vollständigkeit halber aufgeführt. Valenz bezeichnet also die als projektionistisch-konzeptualisierte Fähigkeit des Verbs, Aktanten zu binden. Man unterscheidet quantitative, qualitative und logisch-semantische Valenz. Auf diese Differenzierung des Valenzbegriffs kommen wir an späterer Stelle und an einem anderen Beispiel noch einmal zurück. Zunächst soll sich eher die Frage stellen, wie man die Aktanten voneinander unterscheiden kann, oder genauer, wie man die Aktanten klassifiziert. Denn offensichtlich ist es so, dass wie im Beispiel ein Unterschied besteht zwischen den Aktanten Sauerstoffatome und Wasserstoffatome auf der einen und abgesehen davon, ob sie und unter welchen Bedingungen sie überhaupt gelten, in der Regel am Montag und Dienstag, bei Sonneneinstrahlung und so weiter. Für die folgenden Überlegungen wählen wir einen anderen Beispielsatz, um unterschiedliche Status von Komplementen ermitteln zu können. Dies wäre an dem bisher betrachteten Beispiel nicht möglich. Ich trinke meinen Kaffee in der Regel schwarz. Zur Bestimmung der Qualität der Aktanten kann man auf zwei syntaktische Tests zurückgreifen, nämlich auf den Reduktionstest und eine Anschlussprobe. Mit ihrer Hilfe soll ermittelt werden, ob es sich bei den Aktanten um Komplimente handelt oder um Supplemente. Wie wir gleich sehen werden, lassen sich die einen durch Tests positiv bestimmen, die anderen nur negativ, d.h. durch Auskehr- oder Umkehrschluss. Im Reduktionstest werden obligatorische Komplimente ermittelt. Nur diese Angaben lassen sich nicht reduzieren, ohne dass der Satz ungrammatisch wird. Ich trinke. Im Anschlusstest wird positiv ermittelt, welche Elemente als Supplemente zu gelten haben, d.h. als freie Angaben. Dazu bildet man Beispielsätze mit Und das geschieht. Und das tut er, sie, es. Oder Es ist wahr, es ist, war so, das. Auf unserem Beispiel angewendet wäre dies beispielsweise so. Ich trinke meinen Kaffee und das tue ich in der Regel schwarz. Das klingt nicht schön, ist aber zweckmäßig. Wie man bemerkt, ist besonders der Status von schwarz recht schwierig zu bestimmen, da es als Satzadverb einzustufen ist. Abgesehen davon ist es wie in der Regel Supplement, d.h. freie Angabe. Es sei denn, man postulierte ein Partikelverb wie schwarz trinken, das ist aber eher unüblich und ungrammatisch und steht nicht im Lexikon. Ist aber der normale Grammatikalisierungspfad und das ist ein Problem, das die Valenzgrammatik u.a. hat. Meinen Kaffee hingegen ist zweifelsfrei als Aktant zu bestimmen und diesen haben wir weder durch den Reduktionstest noch durch die Anschlussprobe positiv bestimmen können. Er wird als Aktant negativ durch Ausschluss oder Umkehrschluss bestimmt. Es ist fakultative Ergänzung und damit Komplement, weil es als Aktant zum einen reduziert werden kann, aber keine freie Angabe ist. Schauen wir uns dies im Hinblick auf die Angabe von Aktanten noch an einem weiteren Beispiel an. Und zwar, ich koche dieses Spaghetti in der Regel 7 Minuten. Die Struktur des Satzes lässt sich unter Valenz- und Dependenzgrammatischen Annahmen plausibel in diesem Stemma darstellen. Durch Reduktionstest ermitteln wir die einzige obligatorische Ergänzung, ich, ich koche. Durch Anschlusstest ist es möglich, 7 Minuten und in der Regel als freie Ergänzungen und damit Supplemente auszuweisen. Diese Spaghetti sind demnach fakultative Ergänzungen und Komplemente. In der Angabe der Valenz war davon gesprochen worden, dass wir quantitative, qualitative und logisch-semantische Valenz unterscheiden wollen. Und das gestaltet sich am konkreten Beispiel so. Das Verb kochen in der Bedeutung Lebensmittel gar machen, zubereiten ist zweiwertig, wobei nur eine Ergänzung obligatorisch ist. Bestimmen wir die Valenz qualitativ, machen wir genauere Aussagen über die Form der Ergänzungen. Wie im Beispiel handelt es sich um Substantive bzw. Prolomina im Nominativ bzw. Akkusativ. Eine Übersicht der Ergänzungen, die hier dem Valenzwörterbuch von Helbig und Schenkel folgen, ist im Kommentarbereich verlinkt. Bestimmen wir die Aktanten logisch-semantisch, dann werden Restriktionsregeln für die Besetzung der formal definierten Valenzstellen angegeben. Für Kochen bedeutet dies, dass in unserem Kulturkreis in der Regel diejenigen, die kochen, die Eigenschaft tragen, menschlich zu sein und damit belebt sind und so weiter. In der Regel sind die Dinge, die gekocht werden, nicht belebt. Wir alle wissen, dass es Ausnahmen zu dieser Regel gibt, wie zum Beispiel den Humor. Und es werden müßige Diskussionen darüber geführt, wann und wie tot etwas sein muss, um gekocht werden zu können. Das wollen wir ja nicht tun. Helbig und Schenkel unterscheiden in ihrem Valenzwörterbuch der Valenz in der achten Auflage von 1991, das ist also schon ein Stück älter, insgesamt vier Lesarten von Kochen. Das sind, wie hier, Lebensmittel gar machen, zubereiten, die zweite etwas auf 100 Grad erhitzen, die dritte sich im Zustand des Kochens befinden und die vierte wütend sein. Ein aktuelleres Valenzwörterbuch ist das des Instituts für deutsche Sprache in Mannheim, das sogenannte E-Val-Buh, das stark durch die sogenannte Frame-Semantik beeinflusst ist. Dies unterscheidet mittlerweile neun Lesarten von Kochen, von denen Lesart 4 unserer Lesart entspricht. Das elektronische Valenzwörterbuch ist frei zugänglich. Die Adresse wird in den Literaturangaben zum Cast aufgeführt. Wilmersch-Argel hat einen sehr einflussreichen Aufsatz zu Problemen und Herausforderungen der Valenzgrammatik begonnen mit der Einschätzung, dass Valenz eine Zeitbamme sei, die im Lexikon deponiert ist und in der Grammatik detoniert. Tatsächlich lassen sich viele Phänomene, selbst wenn man mit ihm Valenzpotenz und Valenzreduzierung annimmt, nicht befriedigend beschreiben. Unter anderem sind das, dass man elliptische Konstruktionen schlecht fassen kann, wie sieben Minuten gekocht, dass es Erklärungsdefizite gibt bei passivischen und reflexiven Strukturen, wie die Spaghetti wurden sieben Minuten gekocht, dass man Partikel- und Präfixverben schwierig einstufen kann bzw. neue Lexikon-Einträge vornehmen muss, wie im Beispiel die Spaghetti wurden sieben Minuten weich gekocht bzw. weich gekocht. Also hier hängt es an dem Status eines Verbs und viele andere Probleme mehr. Am Schluss möchte ich auf die verwendete Literatur hinweisen, die in Summe natürlich eine Auswahl darstellt, zum einen auf die zitierten Beiträge von Wilmer Schagel zur Valenz und hier sei noch einmal die Valenztheorie von 2000 herausgehoben. Weiter habe ich verwendet aus der Einführung von Busch und Stenschke das Kapitel zur Valenzgrammatik, weiter aus den Grundlagen und zur Syntax von Christa Dürscheit das Valenzkapitel. Auf das Wörterbuch zur Valenz ist hingewiesen worden von Helbig und Schenkel und einführend zitierte ich aus dem Aufsatz von Hans-Jürgen Heringer Neuss von der Verbalszene. Als Möglichkeiten zur Valenzbestimmung von Verben ziehen Sie im Kontrast bitte und zur Orientierung des Wörterbuch zur Valenz von Helbig und Schenkel immer noch hinzu. Konzentrieren Sie sich aber bitte auf das elektronische Valenzwörterbuch deutscher Verben Evalbu beim Institut für deutsche Sprache Mannheim. Üben können Sie dies am Beispielsatz Shelton Cooper lebt in seinen Tag träumen als Flash Gordon. Ich möchte Sie bitten, den Beispielsatz nach den Prämissen der Valenzgrammatik und Dependenzgrammatik zu analysieren und dabei ein Stemmer anzulegen und die Valenz des Verbs Leben am Beispiel zu bestimmen. Nutzen Sie bitte dazu den verlinkten Auszug aus dem Wörterbuch der Valenz und greifen Sie zum anderen auf das elektronische Valenzwörterbuch Evalbu zurück. Soviel heute also zu der Einführung in die Valenz und die Prämissen einer Valenz- und Dependenzgrammatik auf einem einführenden Niveau. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Screencast weiterverfolgen und darf Sie noch hinweisen auf das Angebot Linguistik in 60 Sekunden, bei dem wir einige Valenzgrammatische Begriffe, die auch in die angrenzenden Bereiche, Stichwort Künstliche-Enden-Struktur-Grammatik verweisen, besprechen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.